Die Agenda-Informationssysteme GmbH und CoKG aus Rosenheim gewinnt für das Pain Points Project drei German Stevie Awards 2017. Agenda-Informationssysteme gewinnt zwei Gold Stevie Awards in den Kategorien Brand Experience des Jahres, Business to Business und Marketing Kampagne des Jahres für kleine Budgets. Außerdem gewinnt das Unternehmen einen Silber Stevie Award in der Kategorie Marketing Kampagne des Jahres Software und Medienunternehmen. Die Gold und Silber Stevie Awards nimmt heute Abend entgegen Herr Sebastian Theissen, Head of Marketing, und Frau Julia Knappe, Team Lead Marketing Operations. Agenda-Informationssysteme ist einer der führenden Hersteller von Software für Steuer- und Wirtschaftsberatende Berufe in Deutschland. Das Pain Points Project hilft Steuerberatern, die Schmerzpunkte ihrer Software mithilfe einer Voodoo-Puppe zu erkennen. Ja, vielen Dank erstmal an die Jury. Ich denke, das war eine gute Entscheidung, weil, wie man es schon gerade gehört hat, in einem konservativen Markt wie bei Steuerberatern, das ist alles andere als leicht. Ich denke, das ist eine vermeintlich konservative Zielgruppe, sehr spitzer Zielmarkt. Umso mehr freuen wir uns, dass dieser Mut auch belutet wurde, ein bisschen progressiv an die Sache ranzugehen. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, an allen Unterstützern und bei meinem Geschäftsführer Manfred Kappel für das Vertrauen. Vielen Dank.